Okay Leute, Zeit etwas Geld zu verdienen. Wirtschaften wie Zeit bewegen sich nach vorne. Wie viel Zeit ist erforderlich, um ein Bitcoin zu generieren? Ein Tag? Eine Woche? Oder sogar länger? Und was ist mit 10 Bitcoins? Wissen Sie überhaupt, wie viel 10 Bitcoins wert sind? Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos entsprechen 10 Bitcoins 46.000 Dollar. Haben Sie über die Prognosen für Bitcoin gehört? Der PTC-Wert steigt weiter. Wir haben von diesem Trend profitiert und heute können auch Sie profitieren. Die Menschen müssen viel arbeiten, um 46.000 Dollar zu erreichen. Manche Menschen arbeiten sogar viele Jahre, um diese Summe zu erreichen. Das durchschnittliche Gehalt eines Buchhalters beträgt 56.000 US-Dollar. Wenn Sie ein Feuerwehrmann sind, dann brauchen Sie etwa ein Jahr. Ein Elektriker braucht sogar fast zwei Jahre, um diese Summe einzunehmen. Für mich dauert es 10 Tage. Ja, Sie haben mich richtig gehört. Ich mache jede Woche 10 Bitcoins im Wert von 46.000 US-Dollar. In der heutigen Welt verdienen Menschen, die mehr arbeiten, nicht entsprechend. Tatsächlich ist es das genaue Gegenteil. Der untere Teil der Wohlstandspyramide ist am größten. Diejenigen, die hart arbeiten, um kleines Geld zu bekommen. Kommt dir das bekannt vor? Ich war einmal arm und habe mehr gearbeitet, als ich es jetzt tue. Und obwohl ich tatsächlich immer weniger arbeite, mache ich mehr Geld. Wenn das Geldverdient das ist, wonach du suchst, dann solltest du dankbar sein. Du bist an den richtigen Ort gekommen. Ich weiß nicht, wie Sie diese Seite erreicht haben. Vielleicht durch einen guten Freund von Ihnen, der Ihnen den Link gesendet hat. Zuerst bitte, bevor ich mein Geheimnis mit Ihnen teile, möchte ich, dass Sie sich bei Ihrem Kumpel bedanken. Diese Person hat Ihr Leben wirklich für immer verändert. Bereiten Sie sich auf eine 180-Grad-Wende vor, denn das wird in einem Moment passieren. Wenn ich Sie das nächste Mal frage, wie lange Sie brauchen, um ein BTC zu verdienen, wird Ihre Antwort nicht die gleiche sein. Es wird Sie, wie mich auch, nur eine Viertelstunde erfordern, um ein BTC zu machen. Ja, 15 Minuten. Mein Name ist Justin Hagen. Ich war einmal ein armer Mann. Meine Mutter und Vater sind durchschnittliche Menschen. Meine Kindheit war okay, nichts Außergewöhnliches, denn meine Familie lebte auf Kredit. Meine Eltern mussten Kredite aufnehmen, um ihre Rechnung zu bezahlen. Und ich denke, sie wissen ganz genau, wie der endlose Kreislauf abläuft. Ich werde Sie also nicht mit meiner Geschichte langweilen. Die Banken freuten sich über die Zinsraten, genauso wie sie es heute tun. Doch heute haben wir einen alternativen Weg, um die Wirtschaft anzugehen. Er heißt digitale Währung. Meist bekannt als dezentralisierte Währungen. Bitcoin ist heute die mächtigste und bekannteste digitale Währung. Anscheinend war ich nicht der Einzige, der sich sagte, ich hätte früher einsteigen sollen und hätte viel Geld mit Bitcoins verdient. Die Nutzung und das Bewusstsein für Bitcoins und digitale Währungen steigt täglich auf der ganzen Welt. Können Sie sich Geld vorstellen, das nicht durch eine Zentralbank verwaltet wird? Eine Währung, die nicht durch die Weltregierung und Steuerbüros verfolgt wird? Das ist ganz offensichtlich ein sehr interessanter Fortschritt in der Weltwirtschaft und der Hauptgrund, warum es unter den Menschen Interesse hegt. Zu dieser Zeit, ich war 28 und hatte in vielen unterschiedlichen Berufen gearbeitet, wurde ich zu Advertake eingeführt. Zu dieser Zeit war es das Beste, was mir passieren konnte. Dieses Unternehmen entwickelte einen fortschrittlichen Algorithmus für den Handel an der Börse. Sie versagten, als der IT-Manager kündigte, denn das Unternehmen hielt sich nicht an die Zahlungsvereinbarung. Er war die verantwortliche Person für das Entwicklerteam und für die Entwicklung des Algorithmuses selbst. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu John, das war sein Name, und er hatte mich in die richtige Richtung geführt. Gemeinsam mit John und anderen Leuten ergaben wir ein Team aus sieben. Und nach acht intensiven Monaten hatten wir es geschafft. Es erforderte uns viel Mühe. Ich erinnere mich, dass ich während dieser Zeit sehr erschöpft war, arbeitete acht Stunden bei Advertake und weitere sieben gemeinsam mit John und dem Team. Ich bin sehr stolz auf mich und was ich erreicht habe. Es war sehr schwer, doch es war es wert. Nahezu ein Jahr bin ich nicht rausgegangen. Ich hatte wenig Schlafen und überhaupt keine Freizeit. Eine durchschnittliche Person schläft sieben Stunden pro Tag. Das sind 2555 Stunden pro Jahr. Während dieser Zeit war mein Zähler etwas anders. 1825 Stunden, durchschnittlich etwa fünf Stunden pro Tag. Doch das bin ich jetzt. Das sind die Autos, die ich fahre. Das ist mein Leben. Dies ist mein neues Anwesen, das ich ohne Kredit gekauft habe. Und das Beste an allem ist, dass genau das Gleiche auch für Sie möglich ist. Und Sie fragen sich, wie? Nur so. Sie haben Glück, dass Ihnen einer Ihrer Freunde den Link zu meiner Seite gesendet hat. Denn ich habe mich entschieden, heute das Leben von 46 glücklichen Menschen zu verändern. Wir suchen 46 Personen, die uns helfen können, die aktuelle Version zu testen, bevor wir diese der allgemeinen Öffentlichkeit bereitstellen. Wir befinden uns fünf Monate vor der Einführung der Software, die einen Markteintrittspreis von 3.499 Dollar umfasst. Sie werden diese Software kostenfrei erhalten. Sie müssen mir kein Geld dafür geben. Überhaupt nichts. Sobald Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, erhalten Sie Zugang zu einem Mitgliederbereich. Die durch uns entwickelte Software ist künstliche Intelligenz, die digitale Währungen Handelssignale generiert. Sie analysiert die Bewegung von digitalen Währungen auf dem Markt mit höchsten Wahrscheinlichkeiten von 98,99%. Auch wenn es alle digitalen Währungen analysiert, die meistgehandelten aufgrund von Potenzial sind BTC, ETH und LTC. Der beste Teil ist die Tatsache, dass der Markt für digitale Währungen immer offen ist. Im Gegensatz zur Börse. Wo Banken und große Kooperationen den Vorteil des Verkaufens und Kaufens nutzen, wann immer sie möchten. Denn sehen wir es realistisch, wer hat über 100.000 US-Dollar zum Investieren? Das ist nicht die allgemeine Bevölkerung. Das sind nicht Sie. Zumindest noch nicht. Die Chance, dass unsere Vorhersagesoftware den falschen Handel wählt, liegt bei nur 1,01%. Ziehen Sie Ihre Schlüsse. Sie können sicher gehen, dass unsere Software großartig ist. Und hier kommen Sie ins Spiel. Sie müssen unseren Signalen folgen, die wir Ihnen mehrmals pro Tag geben werden. Sie müssen nicht unbedingt jedem einzelnen Signal folgen. Sie müssen also nicht konstant vor Ihrem Computer sitzen. Wählen Sie einfach eins aus und machen Sie den entsprechenden Handel. Sie werden plötzlich sehen, wie Ihr Guthaben an digitaler Währung wachsen wird. Und wenn Sie dies noch nie erlebt haben, lassen Sie mich Ihnen sagen, es ist eine Freude, Ihre Menge an Bitcoins in großen Zahlen zu sehen. Sie müssen sich um nichts kümmern. Können Sie die Maus an Ihrem Computer klicken? Können Sie chatten oder eine SMS von Ihrem Telefon schreiben? Ich bin mir sicher, dass Sie das können. Andernfalls wären Sie nicht in der Lage, dieses Video zu schauen. Auf genau diese Weise können Sie problemlos unsere intuitive Software bedienen. Ich bin mir recht sicher, dass jeder vom Handel an der Börse gehört hat. Im Grunde ist es das. Es gibt einen riesigen Vorteil im Handel mit unseren Signalen und dieser liegt in der Gewinnchance. Wenn Individuen eigenständig handeln, dann unterliegen sie Emotionen, Gefühlen und Angst. Der Handel am Markt unterliegt einem tiefen psychologischen Verständnis. Und nur wenige erfahrene Händler wissen, wie sie ihre Gefühle verwalten können, um den Verlust von Geld zu jeder Zeit zu verhindern. Selbst wenn Sie jahrelange Erfahrung haben, es ist noch immer nicht einfach, Ihre Gefühle beim Handel zu kontrollieren. Ein kleiner Impuls kann Sie vom Tisch bringen, in nur wenigen Sekunden. Gefühle und Emotionen sind genau das, was ein Roboter nicht hat. Er handelt nur basierend auf Daten und Daten. Zudem verfügt er über ein unbegrenztes Gedächtnis, um den Handel mit digitaler Währung zu analysieren und zu prognostizieren. Dies ist der Hauptgrund, warum Sie so viel Geld mit unserer Software verdienen. Unsere Signale sind fast immer korrekt. Die Frage ist nun, möchten Sie einen solchen Signaldienst nutzen? Sie hören mich richtig. Wenn Sie sich noch immer auf dieser Seite befinden, dann sind Sie einer der 46 glücklichen Menschen, die eine lebenslange Lizenz für unsere leistungsstarkes Software erhalten können. Nicht für 3.499 US-Dollar, sondern kostenfrei. Ich bitte Sie im Gegenzug um nur eine Sache. Ich bitte jedes glückliche Mitglied unserer Software um eine Bewertung. Wir erfordern Referenzen, um unseren potenziellen Käufern zu zeigen, dass es tatsächlich wie angegeben funktioniert. Sie sollten wissen, dass Sie nicht die erste Person sind, die diese Software nutzt. Wir haben bereits 10 glückliche Beta-Tester, die sehr glücklich mit Ihren Ergebnissen sind. Sie werden einen kostenlosen Zugang erhalten und selbst sehen, wie gut es ist. Die Zeit für Veränderungen ist jetzt. Die Plätze werden auf Basis von, wer zuerst kommt, mal zuerst vergeben. Und vergessen Sie es nicht, es gibt nur 46 verfügbare Plätze. Ergreifen Sie die Chance, bevor es jemand anderes tut und lassen Sie Ihr Bankkonto von nun an wachsen. Geben Sie Ihre E-Mail in dem unten stehenden Formular dieses Bildschirms ein. Dies ist nur der Kontakt, den ich als Referenz erfordere. Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und ich werde Sie im nächsten Schritt sehen. Ihre lebensverändernde Erfahrung beginnt gleich. Worauf warten Sie noch? Es liegt nun an Ihnen. Sie haben nichts zu verlieren, um vieles zu gewinnen. Ein BTC pro Tag? Fünf BTC pro Woche? Das sind 20.000 Dollar pro Woche. Die zu verdienende Menge an BTC pro Tag liegt an Ihnen. Beginnen Sie jetzt und verpassen Sie nicht die Chance, diese Software kostenfrei zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß die Zeit sehr zu schätzen, die Sie mir zugehört haben. Wir sehen uns im Mitgliederbereich. In wenigen Stunden werden Sie wissen, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Dann haben Sie die Library. Ich werde noch mit den Ihren haciendo. Heute ist das aus. Aus gut. S嗎? Nein, verwirrt nach. Jetzt wählen Sie noch einen Punkt ab. Högon, dass man sich mit Ihren Ansätzen vivier podsum placing. Dieτάenseion verlängern.